Im Sumpf der Angst von Gabriele D'Atenay Dreh dich nicht um, sonst kriegen sie dich, Antonia. Sie haben längst herausgefunden, wer du bist. Lauf schneller, Antonia. Flüchte nicht in dein Zuhause. Sie wissen, wo das ist. Antonia, du musst fort. Lass die Tasche stehen. Hörst du nicht, dass sie bereits durch das Fenster eindringen? Lauf. Lauf schneller. Und glaube bloß nicht, dass du dich bei deinen Großeltern verkriechen kannst, Antonia. Deine Hoffnung trügt dich. Und glaube nicht, dass deine Freunde in Sicherheit sind. Weißt du nicht, dass deine beste Freundin im Krankenhaus mit dem Tod ringt, weil sie dich nicht verraten wollte? Flieh, Antonia, so schnell du kannst. Flieh nach Berlin. Doch auch das wird dir nichts nützen. Vertraue niemanden. Sie sind mächtiger, als du glaubst. Und während du noch verschnaufst, entsichert der Scharfschütze hinter dem Fenster auf der anderen Straßenseite bereits sein Gewehr und legt auf dich an. Im Sumpf der Angst von Gabriele Dattunet Ab Oktober 2014 im Boxhaus Verlag als Taschenbuch und E-Book Ab Oktober 2014 im Boxhaus Verlag als Taschenbuch und E-Book